Guten Tag, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum mit ein paar Problemen, aber auch guten Sachen. Zum ersten, ja, Regnum macht immer mehr Probleme mit Broadcaster Software. Jetzt ist oben ein weißer Rand. Es ist keine Taskbar, kein Vollbildrand, Fenstermodusrand, nichts. Es wird irgendwie schlimmer mit Regnum aufnehmen und deshalb, ja, weiß ich jetzt nicht gerade, was ich machen soll. Dann, ja, Sirtis ist noch überlegender geworden. Alls ist noch schwächer geworden. Ignis ist auch wieder ein bisschen überlegender geworden zu Allsirs. Ich kann momentan nicht gerade so viel Vorsohn zeigen, aber ja, okay, ja. Dafür habe ich andere Pläne, also, ja, zu vorn, jetzt mal eben EXP Booster zu verwenden und so Sachen ab. Da warte ich jetzt noch ab, weil die Peacons sind jetzt gerade momentan ein bisschen zu stark, um jetzt wirklich leveln zu können oder der EXP Booster auszugehen. und ja, jetzt sind wir hier gerade am, ja, äh, Statuen und Gutachten. Am Rätseln, wie geht's weiter? Was sollen wir machen? Was habt ihr nicht auf mich gewartet? Eeeh, Taurus mal wieder. Eieieiei. Paranois. Der ist wirklich Paranois. Nein. Paranois macht den Gegnern Angst. Paroinis. Ich kann's nicht aussprechen. Ich merke, und ich kann auch nicht sinken. Ja, hatte mal. Ich musste sie ja löschen wegen dem Account, damit ich auch rausspielen kann. Ja. Ja, hin und her gewesselt habe ich. Das stimmt. Hm. Sollen wir laufen? Ich denke, wir laufen, ja. Es ist zu unsicher zum Reiten. Hm. Ich hoffe, wir gewinnen. Ich sehe schon, wir verlieren. Also, das erste ist eben, äh, ein Kollege ist zu mir gekommen. Also, er hat gesagt, er möchte gerne Rechnung spielen und mich ein bisschen unterstützen im Let's Play. Er ist jetzt momentan, glaube ich, Level 6. Also, nicht hoch. Aber, ähm, das geht eigentlich, ja, ziemlich flott bei ihm. Der ist so suchtig. Deshalb macht er das flott, flott. Er hat jetzt einfach mal reingeschnuppert in der Nacht. Und, ähm, ich kann wieder nicht angreifen, weil ich wieder nicht im Modus bin. Mach mal. Vorwärts. Und dann machst du halt nix. Mann, das ist so verpackt, ey. Ich kann nicht mehr als tausende von Tasten drücken, ne. Ja, mir geht's schon ein bisschen zu gut. Konzo, was hast du denn gemacht? Hast du dich umgezogen? Ich mache einfach null Damage. Wo ist er denn? Er flieht einfach irgendwo. Ach, da ist ein Reif. Da ist auch einer. Nimm mir den Magier. Der hat nicht so Ablenkungs-, also, dass wir Fehlschlagen. Mäh, mäh. Oh Gott, diese Damage haben. So, da habt ihr auch noch etwas. Und hier auch. Wir können noch ein bisschen Teil verteilen, die Greffüsse, oder wie heißt. So, gränen Pfeil. Gräsen-Füßen-Pfeil. Okay, ein Füßen-Pfeil. Ui, krass. Ja, extrem viel Minecraft gesuchtet wegen dem Server. Dem geht's ja nicht gerade so gut mit dem Spielzahlen. Aber hey, die Spiele sind so motiviert, mit dem Server zu spielen. Dann machen wir doch schon etwas richtig. Einfach die Werbung stimmt einfach noch nicht, oder? Ich mache ja keine Werbung. Ich bin ein Schweizer und ich brauche keine Werbung. Oh, ich habe das Baum kommt voll gefühlt. Nein, leider nicht. Ey, ich bin bald tot. Hallo. Ich muss abhauen. Nein, bitte nicht auf mich. Ich bin noch nicht fertig hier. Nein. Nicht lassen sterben, bitte. Ey, die sind böse, ey. Was ist denn los, Mann? Man kann sich nicht mal in deinem Ding verstecken, in deinem Baum. Unglaublich. Ja, das Spiel mag mich irgendwie nicht momentan. Nein, ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Ja, wir waren ja noch basiert, ist ein bisschen am Anfang aus Zwecken, die ich heute ja eigentlich auch noch genommen hätte, weil es einfach viel mehr Spielanhänger hat und deshalb, oh ja, dann haben wir ja auch wieder ab. So, dass wir einfach, ja, zeigen wollen, oder? Also, ich habe alle Reiche genommen und jetzt bin ich einfach bei Alseus wieder, weil ich bei Alseus damals immer war. Ich war ja anfangs Beta Alse und seitdem, ja, einfach immer wieder andere Reiche, aber nicht so viel wie Alseus, oder? Also, und jetzt müssen natürlich viele anfangen zu haten, weil ich Alse bin und nicht Igge oder Sirte und deshalb, ja, es ist natürlich jetzt momentan auch so, dass recht viele Dislikes manchmal sind. Aber mir ist das Schnuppe egal, ich schaue nicht auf Dislikes, äh, ich weiß ganz genau, das sind nur Gegner von mir sozusagen, die meinen, sie müssen mit Dich liken. Dafür habe ich irgendwie 8 Likes in den letzten Videos bekommen, also nicht das fettes Dankeschön dafür. Das ist das, was immer alles ausmacht, so ein bisschen, diese Treue, diese, dieser Woll. Ja, ich bin einfach immer einer so, der sieht, oh, ein Let's Player, der macht ein Video, das sich interessiert. Okay, ich abonniere ihn, aber viele machen halt einfach nichts, oder? Keine Dis, äh, keine Likes, nix. Also, wenn sie abonnieren, dann sind sie einfach abwesend, oder? Und das ist bei mir halt recht viel, ich habe 681, 91 Abonnenten und viele sind inaktiv. Man sieht es auch an der Analytik, das ist seit 12. Dezember recht runtergegangen, also recht, äh, ja, langsam runtergegangen, aber immer weiter runter. Und das bei 125 Aufrufen pro Tag, das ist natürlich nicht gerade so toll, wo ich doch schon irgendwie 315 oder so gehabt habe. Mann, ich will endlich den töten. Ich bin der Einzige, der Barbaren angreift, weil ich weiß, dass Barbaren am meisten Schaden machen. Aber nö, die anderen, ja, pfff, schlafen. Und ich bin einfach zu schwach. Oh ja, ich habe ihn getötet. Also, ich habe ihn getötet, ich habe ihn Schaden gemacht. Habt ihr gesehen? Das war mein Vetterdurchschaden. Guten Morgen. Guten Morgen, Trager. Gutes Morgen. Nein, es ist irgendwie schon 4 Uhr abends. Es ist nicht guten Morgen. Also 16 Uhr. So, also gibt es noch einen Trager, oder so. Ja, ich bin nicht der Pro. Ich bin nicht der Pro, der so extrem lange in Ignis gespielt hat und natürlich eines der besten Barbaren oder Schützen war. Irgendwie so etwas. Der Barbare. Das bin ich nicht, natürlich. Aber ich bin schon immer der Trager Basler gewesen. War eigentlich sehr bekannt. 2008, 2007, 2009. Ich bin nicht so der Dauer-Gem, also der der ganzen Tage immer dran und zu Tag spielt. Ich bin eher der, der wieder langsam spielt. Und genüsslich. Ich muss da irgendwie nicht so ganz pro sein. Also ihr merkt es vielleicht, ich habe sehr wenig Zeit, oder? Für Regnum. Wenn, dann bin ich in Minecraft. Oder in Path of Exile. Da bin ich schon fast im Endgame. Also ganz am Schluss vom Atlas schon fast. Also der ganze Atlas ist schon gefüllt. Und jetzt werden wir einfach noch die Nebenmaps, die man nicht freischaden kann. Also die man erst freischaden kann, wenn man so Bosse besiegt hat. Und die tauchen einfach nicht auf. Und deshalb spiele ich jetzt auch wenige Path of Exile. Äh, ja, Path of Exile. Und spiele jetzt dafür wieder ein bisschen mehr Regnum. Dank dem Kollegen und dank den Fans. Ja. Also jetzt geht es wieder weiter mit täglich Videos, gell? Nicht wundern. Und das Schlitzer ist hier. Das ist ein Ritter. Zweckl. Zweckl. Ja. Er will ihm auch mitkommen. Okay. So, und was gibt es dann noch? Also, dass ich immer noch Kopfschmerzen habe. Ob das ist mir nicht so schlimm. Mal einen Aufgaben, der nicht im Nun ist gerade. Ey, nein, der hat sich auch im Nun gemacht. Ach, Männer, da will einer nicht sterben. Ach komm, immer alle. Ey, das Spiel nervt manchmal echt. Wegen wegen, ja, Dauer, ja, Dauer im Nun, Dauerschutz, Dauer irgendwas. Dann. Äh, ja, es sind ein bisschen viele gerade, hä? Wollte die nicht ein bisschen zurückziehen? Also, ich ziehe zurück. Ich habe keinen Bock auf Tod. Es sind immer wieder Leute, die einfach die ganze Zeit fieden. Das ist so schlimm. Aber gut, nein, das Spiel macht eigentlich Spass. Nur, äh, es ist halt eben sehr unanausgewogen. Ja, sicher. Was machst du? Bist du nicht hinter mir her? Hä, habt ihr das gesehen? Der war ganz nah an mir, der hätte mich töten können. Mit paar Schlägen. Ist einfach nicht zu mir gegangen. Ist einfach gerade der Haus. Schlitzer, komm. Ja, ich komme zu dir. Oh. So. Okay. Dann. Da unten ist der Venture. Der hat einen guten Namen. Also Pixen wie immer. Sehr schön. Na, 67. Schon ist jetzt auch nicht der Hammer. Da mal dem. Und da mal dem. Und nochmals einem dem da. So. Langsamer machen. Aber wieso spielen die mit Spielen? Nicht mit mir. Also, ich greife immer die an, die die anderen nicht angreifen. Beziehungsweise, ja, die anderen greifen nicht meine Gegner an. Ich tue doch vorbereiten. Ich bin doch der Beste. Ich kann Stunts verhenden. Und so Sachen. Also, ich kann es noch machen, weil ich noch unterlegen bin. Die, die Grossen, die machen mit 100, 1200 Schaden Stunts. Ich weiss es gar nicht. Also, Plus. Schaden. Weil ich auch wollt. Mit dem Warzone. Aber mehr kann ich nicht. Ich kann nicht wunderbare Kämpfe zeigen. Das ist leider so. Mann, schläft nicht. Heute wird gearbeitet. Hallo. Ich mache einfach keinen Schaden an der Mauer. Das muss ich jetzt nicht mehr angreifen. Sollte ich nicht. Weil ich suche gerade die Ecken, die meinen, sie würden nicht ein Auras-Ecken. Ja gut, dann gehen wir weiter. Der Auras ist hier. Okay. Ich bin nur Kameramann. Ich spiele auch leider schlecht gerade in der Wasser. Oh, der hat eine geile Axt. SunTrust. Kenne ich gar nicht. Hab ich noch nie gelesen. Der Fahmut. Hallo, Fahmut. Du hast einen schönen Namen. Piksen wir den mal. Und den da. Auch mal piksen. So. Noch mehr piksen. Ja, es läuft ein bisschen. Aber ich muss irgendwie den Fenster mal richtig machen. Ich sehe nämlich unten der Skalbarger. Äh, der Levelbarger auch noch nicht. Äh, ja, äh, schläft ihr? Ich soll das hier nicht angreifen. Ich bin der Tod in der... Ach komm, greif doch den nicht an. Und hier oben, hier angreifen. Das sind ein paar mehr als nur ein paar... Äh, Igge. Das sind ja ein bisschen mehr als ein Igge. Das sind ein paar hundert Igge. Mann, ich muss immer den gleichen angreifen, weil der der einzige ist, der nach vorne kommt. Ich glaube, ich bin gleich tot. Ich gehe lieber wieder weg. Ich habe keinen Bock auf so viele Iggen. Die machen Aue. Ich glaube, ich gehe wieder runter. Schlitzer, nein! Ich kann dich leider nicht retten. Tut mir leid. Wir sehen uns auf der anderen Seite der Galaxie wieder. Äh. Im Grab. Ich... Äh. Nein. Schlitzer, bitte. Mann. Wir verlieren. Ich habe keinen Boker verlieren. Paranoid, bitte. Ohohoho. Wir tauchen einfach ein bisschen. Das Supernova, den habe ich doch auch mal kennengelernt mit dem Schwert. So. Wie ich einfach im letzten Moment immer wieder fliehen kann. Ich bin so unfair zu den Spielen. Ich bin immer der Kameramann. Ich darf nicht sterben. In einem Film, wo alle geschlachtet werden, überlebt immer der Kameramann. Deshalb weckt er. Oh Gott. Das war knapp. Im letzten Part schon mega knapp geflohen. Und davor auch mal ohne Aufnahme. Weil noch Nacht war damals. Ja, damals war es noch Nacht. Und heute wird es jetzt schon wieder fast Nacht. Gottchen. Die Zeit vergeht. Ja, ich bin gerade ein bisschen auf Humortrip. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen nerve. Aber, ähm, ja. Das ist natürlich schon knapp gewesen, deshalb. Ja. Sieres. Servus, glaube ich. Oder was heißt Sieres? Ich glaube auf Englisch irgendwas. Nein, das heißt... Das ist ein deutsches Wort. Sieres. Eine Abkürzung. Servus. Oder? Kann mir das jemand sagen, der das weiß? Ich weiß es nicht. Aber es klingt wie Servus. Nein, es ist, glaube ich, ähnlich und bedeutet irgendwas wie Hallo, aber... Pfff, ich weiß doch nicht was. Sieres. 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 Ich sehe nicht deinen Arsch. Ähm. Gut, danke. Jetzt habe ich es ausgesprochen. Das blöde Wort, das niemand darf hören. Äh. Meiste Arschloch darf man nicht sagen, aber fick dich. Na gut. Die Leute sollen halt mal ein bisschen lernen, also vor allem die Kinder sollen mal lernen, einfach solche Schimpfwörter auszuhalten. Aber die Familien sagen so zum Beispiel, ja, nein, das Kind darf niemals etwas mit dem Code hören. Es ist einfach zu unhygienisch. Okay. Aber so Sachen wie Drogen und Sexualität dürfen sie mit zehn Jahren oder niedriger schon hören. Ja. Ich verstehe einfach nicht die Eltern. Also, ja, wieso trainiert man nicht ein Kind vor, bevor er irgendwas hört, was schlimm ist? Ist ja klar, wenn alle Pussys sind, dass sie dann Probleme haben mit Schimpfwörtern und so weiter. Also tut mir leid, dass ich jetzt gerade Schimpfwörter gesetzt habe, aber das ist einfach so. Also, äh, die Welt muss wieder Schimpfwörter aushalten. Sonst wird man ja angeklagt wegen einem kleinen Schimpfwörter oder so. Dann dürfte ja gar nichts mehr da... Das ist Freiheitsraubung, finde ich. Nur weil ein paar Kinder da nicht etwas aushalten, muss man doch nicht am besten so edel wie möglich reden. Und, ja, nicht irgendwie Schimpfwörter finden. Na, aber YouTube ist halt irgendwie... YouTube hat sich schon wieder schlichtet. Anstelle mal mir zu helfen und, ja, die Verarbeitung endlich mal zu machen nach einem Video, freeze es einfach und ich muss ewigkeiten Videos hochladen, nur weil die Verarbeitung nicht geht. Dieser Bug gab es schon vor sechs Jahren. Wieso ist der schon wieder da? Also, ich verstehe es irgendwie nicht. YouTube möchte einfach nicht mehr, dass wir Videos hochladen. So etwas ist es. Und deshalb... Wieso ist niemand hier? Mann, ich suche einen Alzen, der mir ein bisschen helfen kann, wieder anzuschließen. Aber es ist niemand hier. Es ist eher ein Icke hier irgendwo. Ich wette. Ja. Dann sterbe ich halt kurz. Ja, ich ertränke mich. Gute Nacht, liebe Zuschauer. Ich möchte nicht mehr leben hier bei Ignis. Ich mag es nicht. Ich möchte nicht mehr leben. Ich habe keinen Bock mehr. Und ich brauche ewigkeiten, bis ich endlich mal im Bosse bin. Ne, das ist... Ja. Ach komm, ich gehe zurück einfach. Ich tue mich nicht töten. Ne, ich mag nicht immer wieder die ganze Zeit Mops kloppen. Wenn ich mit der... Dingskillung bin, mit der Nervskillung. Mit der Spiele-Nervskillung. Kein Schaden bei Mops. Und da muss ich wieder wechseln. Ne, kein Bock. Deshalb, ja, kurzen Moment hier am Rand. Zurück. Dann sind wir schon wieder am Bind. Fertig. Jo, und was gibt es sonst? Ja, zum Beispiel TextCollector schreibt manchmal mit mir. Der ist, glaube ich, bei... Wie heißt es? Existenz, glaube ich, heißt es. Heißt der Clan. EXT. Und der hat sich abgeschwittert von den Bracers. Das sind wahrscheinlich ehemalige Bracers-Leute. Und Dwarfs of Eberor ist... Ah, der andere Teil. Also zwei Spalten sind sie. Und Existenz ist ein Teil und der andere ist... Dwarfs of Eberor oder so etwas. Und... Der Anführer ist bei den Dwarfs of Eberor. Und Existenz ist zum Beispiel, glaube ich, Pia Partner. Nein, die ist, glaube ich, auch Dwarfs of Eberor. Schade drum. Also ich hätte sie eher bei Existenz sehen wollen. Aber... Ja, sie hat... Sie hat Streit mit ihm. Also... Sie mag Existenz überhaupt nicht. Und das kann ich verstehen, dass sie einfach in der anderen Gruppe ist. Für mich sind es ja alles Freunde. Also... Auch wenn sie mich auch ein bisschen böse gemacht haben. Für mich sind alles Freunde. Auch die Syrten, die mich angegriffen haben, sind auch noch meine Freunde. Also Tätten, ähm... Wörtlich angegriffen haben. Also gehatet haben. Sind auch noch meine Freunde. Also... Nee... Ich habe überhaupt keine Konkurrenzgedanken. Nur weil sie meinen, sie müssen mal ihre Frust auslassen... Lassen oder so etwas. Und eben mich aus dem Clan werfen, die von Braces. Sie sind immer noch meine Freunde. Und das ist es einfach. Also... Es ist ein Spiel. Nehmt doch nicht immer alles ernst im Spiel, wenn man jemand keinen Bock hat gerade. Das ist einfach so. Es ist ein Konkurrenzspiel. Es hat drei Reiche. Es hat Clans. Die konkurrieren miteinander. Es ist ein Konkurrenzspiel. Aber doch nicht einfach ihr eure... Ja... Eure Sensibilität warten lassen. Weil ich bin ja eigentlich der Sensibilisier, weil ich die Sinne so mega mächtig habe. Wegen dem Asperger-Syndrom. Und deshalb müsste ich eigentlich austicken. Aber ich mache es nicht. Ich bin einfach auch geübt. Ja, für mich machen solche Sachen halt mehr... Ähm... Ja... Aus, oder? Ich habe es auch nicht gern, wenn ich traurig bin oder wenn ich gehatet werde oder so. Aber für mich macht es nichts aus. Also ich werde nicht verletzt. Ich werde nur, ja... Emotional halt ein bisschen mitgerissen oder so. Aber für mich ist es völlig normal, wenn ich gehatet werde oder so. Aber es muss doch nicht sein. Äh, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Ich wollte ja zum Bind und nicht irgendwie ins Reich zurück. Ja... Ich geh einfach mal oben durch. Ja, tut mir leid, dass es jetzt gerade nicht so viel ist, aber ich suche gerade ein paar Mitspieler. Ich muss hier runtergehen. Dann gehen wir wieder mit ein bisschen, wenn ich noch Zeit habe. Fünf Minuten haben wir noch bis 30 Minuten. Ja, Minuten. Gut. Also sind wir ja schon gestorben. Ja, ein Malger. Gestern habe ich ja... Also im letzten Video habe ich übrigens gesagt, ich bin ja nicht gestorben. Ja, ich bin nicht gestorben. Ich bin ja ein Monster gestorben. Aber, ähm, ich sterbe extrem wenig, weil ich nicht featen möchte. Deshalb eigentlich eher so eine, ja, wie soll ich sagen, Pussy-Skillung habe. Ne, einfach eine, die nur zum Markieren da ist. Und nicht gerade zum Töten da ist. Damit ich auch ein paar EXP bekomme. Wenigstens. Weil ich kann ja keine Gegner töten noch, weil ich zu wenig Schaden mache. Und deshalb mache ich diese Skillung. Wenn ich jetzt Level 60 bin und gutes Equip habe, dann mache ich natürlich runterpro eine andere Skillung. Die auf Schaden aussieht oder so. Weil Dauerstun ist natürlich schon scheiße. Wieso spielen so viele auf Dauerstun? Werd ich dann auch gezwungen, Dauerstun zu verwenden. Das werden wir ja dann sehen. Also ich spiele wahrscheinlich besser mit der Angriffskillung oder so. Ja. Also die Leute gehen zu Fuss scheinbar. Es tun viele irgendwie aus Angstgründen und es soll nicht mehr mit dem Reittier laufen. Reiten. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ey. Macht mal vorwärts. Ach man, nimm diese Scheißbogen. Angriffskillung. Wenn wir automatisch Angriffskillung. Hallo. Aufstehen. Macht mal was. Hopp. Wir werden siegen. Ich bin am Schweben. Eindeutig schwäbisch. Ein bisschen. Ein bisschen, wenn ihr auf der Kante. Ach komm, liebe Leute. Der Depree-Modus wieder überall. Ja, ihr seid ein bisschen unterlegen. Ob der sollte man sie trotzdem kämpfen. Wir dürfen unser Reich nicht verlieren. Ach komm, ey. Ich muss mich nicht baffeln. Ich bin ein bisschen ungeduldig. Ich zeige jetzt, dass ich ungeduldig bin. Ich werde ihn mal ein bisschen nerven. Hä? Sieht schon cool aus mit so einem Löwen. Aber ich mag einfach seine Auffälligkeit nicht so. Ich finde ihn schon schön, klar. Aber die Auffälligkeit ist einfach extrem. Also wenn ich dann wieder ein bisschen Geld investieren möchte, dann haue ich mir ein anderes Reitier als dieser... Leuchtkäfer. Fockelkäfer. Fockelwürm und so. Ja. Äh, Leuchtkäfer. Nein. Wie heissen sie? Glühwürmchen. Genau, Glühwürmchen. Ich glaube, hier kann man runterstürzen. Also ist nicht existent. Aber ich möchte gerne auf den Löwen gehen. Hm. Pelatona-Tug. Okay, das ist auch... Brigenmu ist auch noch nie gesehen, noch nie gelesen. Ich schaue immer, ob ich sie kenne im Kopf. Also ich kann mir Namen eigentlich ziemlich gut merken, wenn ich mal drin bin. Also wenn ich, ja... Wenn ich immer kurz nur höre die Namen, dann kann ich sie nicht gut merken. Aber wenn ich sie immer wieder sehe, dann kann ich mir die Namen extremst gut merken. Weil ich ein fotografisches Gedächtnis habe. Was eigentlich noch alles replizieren kann, was wir schon erlebt haben in diesem Let's-Play-Teil. Oder in dem alten Let's-Play-Teil. Ja, wie ich begonnen habe, aufzunehmen in Syrtis und dachte, ja, Syrtis wäre jetzt momentan das Pro-Reich. Aber ja, okay, es ist das Pro-Reich. Es ist immer am meisten besucht. Immer am stärksten, klar. Aber die Spiele sind meistens dann eher, ja, Pussys. Kleine, ja, Angsthasen und so weiter. Also nicht alle, natürlich. Die, die gut spielen, die kenne ich. Und die spielen wirklich gut. Aber die meisten sind so, ja... Oh, da kommen ein paar Eisen. Aber ja... Obwohl wir unterlegen sind oder so. Das muss noch ein bisschen besser werden bei Syrtis. Dann sind sie wahrscheinlich auch ständig am Wünschen. Am Drachenwunsch machen. Und, ähm, ja. Ich würde schon gerne mal zurückkehren. Aber nicht jetzt, wo ich so viel Geld investiert habe und Zeit investiert habe. Äh, müsst ihr ein bisschen Geduld haben, wenn ich wieder das, bis ich wieder Syrtis mache. Ignis werde ich in nächster Zeit nicht mehr machen, weil ich einfach so eine Art Konkurrenz-Gedanken habe jetzt. Ähm, da ich eigentlich meistens einfach irgendeinen angreifen muss, weil die anderen alles in es machen. Und, ähm, deshalb bleibe ich bei alles, solange wie es geht. Wenn ich mal das Passwort verliere oder so und einen neuen Account erstellen muss oder so, dann schon, aber, ja. Ähm, ich werde jetzt einfach, äh, so gut es geht. So schnell wie es geht, Level 60 werden und euch den High-End-Content bieten in der Warzone. Aber dafür brauche ich halt einfach ein bisschen Schlucker, weil ich das mit dem Paypal jetzt gerade nicht machen kann wegen Wochenende. Am Montag dann eventuell, ähm, ja, mal anrufen muss und dann, äh, die Bänke freischalten und dann Paypal. Und dann kann ich viel mehr ausgeben, weil mein Konto dann verknüpft ist oder so. Ne, ich werde es wahrscheinlich nicht verknüpfen. Ja, doch, ich muss es verknüpfen, genau. Aber, ja, es kann niemand mehr irgendwas da haben, weil es ja nicht direkt ist. Es ist immer per E-Mail oder SMS oder so. Irgendwie so etwas, genau. Glaub ich SMS ist es. Und so, ähm, muss ich das natürlich immer bestätigen, was, äh, ja, der Hacker dann ausgeben möchte. Ne, ich wurde noch nie, also ich wurde in Games schon gehackt wegen, ja, wegen diesen Anti-Cheats-Programmen, die nicht existieren bei Regnum. Wurde ich schon bei Regnum mal gehackt. Dann war das 2012, glaube ich, oder 2011. Oder was, äh, schon 2010, aber auf jeden Fall habe ich dann irgendwie Pause gemacht und dann halt angefangen mit einem neuen Account mit den Videos. Und das ist, glaube ich, Season 5 schon, also, ich habe schon recht viel gespielt. Einfach mal durchschauen. Viele sind in einer Playlist. Also such nach Playlist zu Regnum. Und dann könnt ihr alle meine Videos schauen, ja. Also, sorry, dass jetzt eigentlich nicht immer wieder so viel im Video passiert ist. Ähm, ja, ich werde mal schauen, dass ich dann halt auch wieder abbreche und nicht hochlade, weil nichts passiert. Damit ihr nicht das sehen müsst. Und bald kann ich eventuell schneiden, aber, ja, viele Programme machen einfach Probleme mit der Performance. Wenn ich so hochqualitative Videos schneide, dann stürzt das Videoaufnahme, äh, also das Bearbeitungsprogramm ab oder so. Ist nicht so gut. Und deshalb kann ich nicht schneiden. Tut mir leid, dass ich gerade jetzt ohne anderes Programm verbeugen. So. Da. Proxima 1. War die schon lange in Braces? Also, ich kenne sie, aber... Ja, die hat doch immer mit uns gekämpft. Genau, und da war es so... Aber war die bei Braces? Die war, glaube ich, damals noch nicht Braces oder so. Also, keine Ahnung. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Im nächsten Part kommt morgen. Tschüss.